Willkommen und herzlich bei das mal was anderes war. Geon Metal. Liberty. Zwei. Sons. Was bleibt da noch? Punkt. Ja, denke ich. Folge? Nein. Zwölf? Folge. Hallo. Gut. Wir begrüßen euch also zum Schluss. Ist auch okay. Hi. Jetzt wieder in richtiger Reihenfolge. Ich hoffe, das war nicht so verwirrend für euch. Wir stehen vor einem Vamp. Und der nervt mich. Und ist nicht so schwer, aber er nervt mich. Immerhin. Er ist nervig. Er nervt nicht nur dich. Er ist nervig. Wir versuchen es jetzt nochmal. Unglaublich, oder? Mit dem Kampf. Also ich in dem Fall. Olli lacht mich aus. Ich lache auf keinen Fall. Höchstens meckere ich. Na gut, vielleicht lache ich doch. Höchstens meckerst du, aber vielleicht lachst du auch. Ich bin auch Motivator. Motivator in den höchsten Tönen. Für deine Sache. Für meine Sache. Das mache ich gleich am Anfang. Nicht wundern, wenn jetzt der Bildschirm umschaltet, denn wir sind im Spiel in 3, 2, 1. Ähm. Ähm. Jetzt. Nein. Was tust du? Stopp, ne? Wir sind im Spiel in 3, 2, 1. Jetzt. Geil. Sehr gut. Ähm. Das war schon wieder die falsche Waffe. Ist nicht schlimm. So, come on. Das genau. Erstmal Ration dann geben. Operation Domination. Genau. Sehr gut. So, ganz theoretisch. Kommt ihr jetzt immer da raus, wo du stehst. Irgendwo da. Theoretisch. Ähm. Und das theoretisch ist, wenn du an der Stelle ungefähr stehst. Dann steht jeder. Ja. Ja. Ja, aber ich hab ihn nicht getroffen. Doch, hast du jetzt einmal. Ähm. Das würde die andere Waffe, ne? Nicht der Schlau oder? Das ist mir jetzt auch aufgefallen. Prima. Das ist mir jetzt aufgefallen. Das ist mir jetzt aufgefallen. Chef-Brenades. Das ist so klar. Vielleicht lässt er sich am Torben immer erkeben. Ja, also... Ne. Du kannst ja auch da stehen bleiben und mit deinem Scharfschützengewehr genau auf die Stelle ziehen. Wenn er aber nicht da rauskommt, muss ich wieder abwählen. Das ist richtig. Wäre aber eigentlich mal ein Versuch, wer... Vor allem war er meistens da raus. Ja. Ähm. Pass auf, genau. Und... Das ist immer nur ein, weil ich glaub, der, der, äh, frustriert sich nicht so für seine Stäbe, wenn er sich konzentrieren kann, zuzuschlagen. Jetzt zum Beispiel weg. Aber auch nicht. Mineration. Ja, das war nichts. Siehst du's jetzt schon wieder gut los? Was... Was interessiert er sich nicht nochmal? Ich... Soll dich nur einmal zuschlagen, oder was? Ja, jetzt nehm doch vielleicht mal Scharfschützengewehr. Probier's doch mal. Genau, nimm das. Das daneben nimmt Ausdauer an. Wow. Boah. 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 haben wir es nicht vielleicht merkte das so ist er jetzt mal hier stehen vielleicht andere Waffe Die nehmen übrigens ungefähr gleich viel ab. Also das war jetzt kein großer Unterschied. Das war Wiener. Kannst du nochmal Warte wechseln? Okay, magst du die noch? Nee, ich mag die ja gar nicht wirklich lieber. Nee, ich hab doch gesagt, die ziehen ungefähr gleich viel ab. Also, okay. Ich habe es nicht verstanden. Ja, ja, ist okay. Also, sie ziehen ungefähr gleich viel ab. Danke. Bitte. Ich versteh den Satz. Also, die beiden Waffen haben ungefähr denselben Einschlagsprozent. Nämlich 8. Ich weiß nicht, warum ich das so gesagt habe. Weg, 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 weg. Why not? I said so. Weg, weg, weg. Ja, ich hab doch schon geschlagen. Das ist keine Bandasse. Nee, nur was du das gesagt hast. Da hast du noch nicht geschlagen. Das weißt du doch nicht. Was? Ich hab nicht mal zugeschlagen. Was? Was? Ich bin immer noch sehr, ähm... Ich bin immer noch sehr, ähm... Ich bin immer noch sehr, ähm... Ich bin immer noch sehr, sehr lustig. Diese, ähm, Ration in die Rache wechseln. Diese Musik. Wie bei... einem Autogramm-Spiel. Was? Formel 1... Ja! Das ist, ähm... Nicht meine Meinung. Sondern es ist halt genau so. Wie bei Techno-Musik, die man da hatte. Was? Ist auch drauf. Ja, du kannst... Du kannst aber gleich noch eine Ration geben. Weil wenn du dich jetzt nicht eingreifen kannst, die du noch... Um Blutungen zu stoppen, ist... Vor allem über Frauen. Ja. Vor allem über Zeiten. Sind nicht so leicht, dass... Warum drehen wir das an? Es ist doch nicht... Ja! Ich... Hab nicht mal zu geschlagen. Der trifft mich trotzdem. Ja, das wird nicht so direkt. Du kannst auch X drücken, dann hopst du weg. Der trifft mich trotzdem. Ja, ich war ja auch jetzt sehr ungünstig. Es ist doch Quatsch. Der trifft mich. Der springt mir, glaub ich, dann immer so weit hinterher, wie ich laufe. Du hast das Messer wirklich abgeschossen. Du hast das Messer wirklich abgeschossen. Ja, es ist... Du hast es... 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 Du hast es wieder getroffen. Der Kopfschuh zieht extrem viel an. Du hast ja auch schon Auer. Du weißt ja auch schon Auer an. Woher weißt du denn bei der Geschwindigkeit mich Waffenwechsel auch nicht in den Kopf treffe? Was hat denn das mit Waffenwechsel zu tun? Äh... Äh... I can't move! I can't move! Ich griff! Ich griff! Du hast was überhaupt schon. I can't move! Ich griff! Mhm! Okay, abonntab schon. Ne! Lecker! Du weißt, wirst du nicht gepackt? Du weißt ja, was sie ist besser. Das kann man nehmen. Du weißt... Ich hab ihn nicht möchte. Mach mal nicht so hektisch, sondern konzentrierter, ein Angriff nach dem anderen. Und immer gucken, was der hier macht. Und wenn er keinen Angriff macht, machst du ihn. Jetzt würde ich ihn noch mal auf Ausdauer setzen, aber... Du kannst schon mal... Soll ich den Versuch jetzt nicht packen, würde ich ihn noch mal auf Ausdauer setzen. Also auch Leer, aber Ausdauer setzen sollte ich ja mal. Schwachig? Ich wünschte er wäre nicht so schön als Geschwiss. Ich bin ehrlich. Gar nicht so viel Kerben. Ist ja auch... Minenleben. Oh, ist Knie? Ich mach jetzt mal einen E. Baby... You know what Catwalk is? Hm... You have to push your... Naja... Ähm... Oh, das ist schon ausgedrückt. Wie brattet er? Naja... Auf links hin ist oben. Das ist gar nicht. Ja, wäre gut. Ihr könnt euch vielleicht einen Sinn zu sagen, wenn so... Einer macht das Rad, der andere macht die Kette. Ich wollte springen zur Seite. Ha ha ha, kacke. Rydon? 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 Also ich glaube mein zweiter Versuch war noch mein bester, letzte Episode. Rydon? Oh, das mache ich jetzt mal. Rydon? Ja, das macht eigentlich nicht mehr so viel. Das ist jetzt mein letzter Trial mit... ähm... Aber... ... neben. Sonst ist das nicht eben schön. Was auf der Schuss trägt. Ähm... Ich dachte, Silber wäre das noch passiert. War da. Das sehen wir dann noch, oder? Weil ich nicht zweigeschränkt meine Wieser auch. Das braucht mir einen Kopf. Ich bin ein Kopf. Das ist ein Kopf. Das ist der Rain. Das ist Pinky. Wer ist Pinky, wer ist der Rain in diesem Kopf? Ich weiß nicht. Das ist mein erstes Braille. Headlock style? My hips. Du siehst das. Oh, das ist gut. Oh, I see. Äh, das war noch ein Schuss. Okay. Alright. Was ist das für Ihr Segel? Hier wäre noch ein Schuss. Wie ist das für ein Schuss? Ja, das wäre noch ein Schuss. Wie ist das für ein Schuss? Ich bin da noch ein Schuss. Ja, der wird ja noch ein Schuss店. Nein, er wird aber ein Blut. Aber... ja ja man an da ist aber nicht ja wirklich gar nicht jetzt wirst du wieder nicht auf dem hast du das ist echt gut gemacht deswegen aber jetzt will ich jetzt auch so ja aber es wird auch nicht nur hier wird man dafür nicht bestraft ja da wollte ich nicht muss ja auch nicht seine arme laufen er kann da drinnen fliege vorsichtig an er steht viel zu cool dabei jetzt lau ich nur noch vielleicht macht dann schwimmt sowieso stehst du wieder da und vielleicht macht er gleich wieder sein und ja ich bin rationmäßig besser unterricht als vorne ja Aeroid? Andere Richtung? Ist das auch oben? Und? Ist das auch unten? Ja, kann nicht stimmen. Das ist okay. Dafür hast du... Du könntest ja auch ähm... Wenn ich wenigstens einmal wissen würde... Ja, that's true. Ähm, wenn er wirklich da rauskommt, kann sie einen kurzen Moment warten und versuchen, normal auf seinen Kopf zu ziehen. Also, was heißt normal? Also, die die Zeit nehmen auf den Kopf zu ziehen und nicht... Okay. Oder schieß einfach drauf. Ja! Wow! Alter, ich dachte... Alter, mach was, mach was! Ach, ich dachte, der leckt. Ah! Pass auf, ähm, wieder bewegen? Du wolltest dich bewegen? Der Pan. Mach's dann. Okay. Aber der hat die Kastik. Deine Wache ist Kastik. Ja. Wir müssen immer da rauskennen. Also, wenn's den Zug noch weitergeht, dann maximal noch vier Phasen. Also, noch vier Mal das Ganze. Vielleicht auch früher. Oh, er trifft dich. Wuhu! Wuhuu! Wuhu! Yes. Jetzt hat sie wieder hoch. Du kannst hier auch schon das Zielpunkt hinhalten. Also so anhanden. Genau so. Also, das sind dann mögliche Meistern. Und hier wäre jetzt auch weniger gewesen. Nee, du ziehst jetzt halt nicht mehr vom Kopf, deswegen ja. Möchtest du keine Miene irgendwie links da mal einen Gang anlegen oder so? Oder... So, wenn er jetzt das eine macht, dann ist es dieses... Ist er besser? Ist er besser? Hey, ich hab keine Ahnung, nein. Aber noch einen Schuss! Ruhig. Ruhig, Kameraden! Ruhig, Kameraden! Sie schaffen das! Das wäre cool, wenn der Colonel jetzt mal anrufen würde und dann... Ruhig, Kameraden! Das blöde, wackel, wackel, leer! Fertig! Ja, nein! Nein, nein. Wo bist du? Ich kann jetzt schießen. Ich bin egal. Bam! Endlich. Du wurdest gewählt. Kann man die Wut verschwinden? Sehr gut. Der Ertrieb. Ja, stimmt. Es macht dann auch keinen Sinn, dass er vorher 1.000 spüren konnte. Vor allem das jetzt. Egal, ne? Who cares? We beat him! Ja. Ja. Wer kenne? Plissken. Snake, hast du alles gesehen? Ich habe keine Zeit gemacht. Arsenal ist aktiv. Ja, ich habe gehört. Die Hustage Rescues werden müssen warten. Ich gehe nach Emma. Wir haben die Computer Room. Es sieht aus, dass wir die Virus-Programm nicht ohne Emma können. Kannst du dein Partner machen? Ich würde, wenn ich könnte. Aber die Sicherheit für dieses System ist kein Schmerz. Ich brauche mehr Zeit. Das ist warum wir sie brauchen. Entstanden. Ich werde sicher, dass du deine Familie haben. Eine neue Reunion. Was ist passiert? Viele Jahre sind zwischen EE und mir. Dann solltest du sie sehen, oder? Ich habe nicht das Recht, sie zu sehen. Wir können später darüber sprechen. Ryden, ich denke, dass du besser gehen würdest. Emma ist in der Schmerz in den Norden, oder? Ich bin auf. Auf geht's. Vielleicht könntest du noch mal abspeichern. Ähm, Select. Und... Ja, nach unten. Genau, und hier die Rose. Jack, du musst ihn zu öffnen? Jack, du musst ihn zu einschalten? Ach, ja. Du glaubst den Moment, wie wir ihm glücklich sind? Das ist haltbar. Ich mache es. Ich mache es. Es ist schon lange her. Was? Gut. Jack, was ist das? Ich bin immer alleine. Ich bin so solch. Solch? Wir haben uns immer... nicht immer immer. Was ist das? Wir haben uns nie gesehen. Was ist das? Was ist das für die Story? Nachdem wir zusammengekommen sind und wir bleiben alle Nacht. Oder du hattest die Tür. Ist das wirklich Zeit, das zu bringen? Warum, Jack? Warum? Hör, Rose. Ich bin gerade in der Mitte einer Mission. Warum? Warum kannst du nicht relaxen? Ach so, ich bin nass. Oh, komm schon. Oh Mann, ey. Hm, Rose. Ich glaube, die haben Streit gerade, so wie es das etwa mal überflogen wird. Nach dem Einsatz. Genau. Das kommt am Ende immer wieder raus. So, auf geht's. Nein, andere Richtung. So. Nee, ich sollte nochmal absperren. Das hast du aber nicht gemacht.